Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jall, mir die passenden Worte zu geben. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir die Knoten von meinen Zungen nimmt, insha'Allah, um das Richtige zu sagen, damit meine Brüder, meine Geschwister in Islam, alhamdulillahi, rabbal alamin, meine Worte verstehen und versuchen, dies insha'Allah in Tat umzusetzen. Insha'Allah, das, was ich sagen will, ist ein Nasihah, Nasihah ist ein Ratschlag an die Jugendlichen der Ummah und an alle anderen, insha'Allah, rabbal alamin. Warum besonders an die Jugend? Die Jugend der Ummah ist heute sehr verwirrt. Sehr verwirrt. Sie folgen vielen Menschen einfach so blind, ohne sich zu vergewissern, ob das, was ich von diesem Gelerten oder von meinem Scheich oder von irgendjemandem gehört habe, richtig ist oder falsch ist. Denn ein Muslim oder ein Muslimer ist verpflichtet von Allah subhanahu wa ta'ala zu wissen, von wem sie das Wissen nehmen. Es ist Pflicht. Man darf nicht das Wissen von irgendjemandem nehmen. Es gibt ein Hadith des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Es ist ein Hadith, das haben wir bestimmt mehrmals gehört. Aber oft ist es so, dass wir lesen, den Koran lesen oder Hadith des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam, aber währenddessen sind wir leider abwesend. Und mit Sicherheit, derjenige, der den Koran oder den Hadith mit einem abwesenden Herzen liest, wird niemals die Worte Allah sallallahu alaihi wa sallam verstehen. Ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt Menschen, die sehr besorgt sind. Die haben viele Sorgen. Die sind häufig mit sich selbst beschäftigt, mit ihren Problemen beschäftigt, so dass man, wenn man mit ihnen redet, sie hören dir gar nicht zu. Er guckt dich an, aber er versteht nicht, was du sagst. Weil sein Verstand in dem Moment abwesend ist. Das ist wie jemand, der auf eine Straße geht, vielleicht zehnmal hin und her geht und auf dieser Straße befindet sich ein Geschäft. Sagen wir so, es ist eine Bäckerei, die sich dort befindet. Aber dieser Mann geht auf diese Straße hin und her mit gesenktem Kopf und nachdenkend die ganze Zeit. So, ob er gar nicht auf dieser Straße war. Du fragst diesen Mann, ob er diesen Geschäft gesehen hat. Er sagt nein, denn dieses Geschäft gibt es nicht auf dieser Straße. Warum? Das Geschäft gibt es ja. Aber er war abwesend, während er auf diese Straße hin und her gegangen ist. So sind wir heute Muslime, wenn wir Koran lesen oder Haditha des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Oft stehen Gebote, Verbote im Koran oder der Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Aber oft, wenn man die Menschen fragt, es ist so, ob sie das nie gelesen haben. Und deren Verhalten ist der Beweis dafür, dass sie es gelesen haben, aber währenddessen ihre Herzen waren mit etwas anderem beschäftigt. Was ich damit einfach sagen will, man darf nicht Koran und Sunna lesen, nur oberflächlich lesen. Ein anderes Beispiel, inshaAllah rabbal alamin. Wir wissen selber, der Koran, das sind die Worte des Allmachträgen Allah sallallahu alai wa sallam. Allah, der Schöpfer, der Vollkommene. Subhanah. Und der Koran ist ein tiefer Ozean. Er ist vergleichbar mit einem tiefer Ozean. Und im Ozean, wie wir alle wissen, mashaAllah, Allah hat Perle erschaffen, Subhanahu wa ta'ala. Nehmen wir an, wir suchen jemanden und wir erzählen ihm, was in diesem Ozean Perle gibt. Und Perle verkaufen sich sehr teuer. Und wir erzählen ihm von diesen Perlen, dieser Mann schwimmt den ganzen Ozean durch. Und dann kehrt er zurück und dann fragen wir ihn, was hast du gesehen in diesem Ozean? Er sagt, gar nichts. Ich habe diese Perlen gar nicht gesehen. Wir wundern uns, wenn er sowas sagt. Aber man fragt ihn danach, wieso hast du sie nicht gesehen? Sagt er, ich bin geschwommen, aber an der Oberfläche des Ozeans und ich habe keine Perlen gesehen. Dann verstehen wir, warum dieser Mann oder diese Person die Perlen nicht gesehen hat und nicht gefunden hat. Weil er eigentlich tauchen muss. Dann sagen wir ihm, du brauchst eine Ausrüstung eines Tauchers. Du musst in den Ozean eintauchen, um und suchen und dort wirst du die Perlen des Ozeans finden. Damit will ich einfach sagen, wir Muslime genauso, wir lesen den Koran und die Sunna des Gesandten Allah, aber oberflächlich. Wir vertiefen uns nicht und wir gucken nicht hinter den Zeilen, hinter den Worten Allah, um den Sinn und die Weisheiten des Koran daraus zu holen. Und das Sunna genauso, liebe Geschwister. Was ich einfach damit sage will, als Beispiel, inshaAllah, Allah im Koran, subhanahu wa ta'ala, er hat uns befohlen, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, zu behorchen. Ihn nicht zu widersetzen, sallallahu alayhi wa sallam. Wir haben schon mal gesagt, dass er gesandt wurde als Rahmah, als Barmherzigkeit, als Gnade für die Welt, für die Menschheit. Das heißt, alles, was er sagt, sallallahu alayhi wa sallam, ist Khair für uns, ist gut für uns. Das müssen wir begreifen. Und alles, was Allah, subhanahu wa ta'ala, befolert im Koran, oder das, was er befolert durch seinen Gesandten, das Sunna, sallallahu alayhi wa sallam, ist gut für uns und für alle Menschen. Es ist Khair, es ist nichts Schlechtes darin. Auch wenn es manchmal schwer ist. Das ist wie bittere Medizin. Die Befehle Allahs und seines Gesandten, sallallahu alayhi wa sallam, ist wie bittere Medizin. Die muss man aber nehmen, um geheilt zu werden, inshaAllah r.a. Und das, was Allah verboten hat, subhanahu wa ta'ala, ist ein Beispiel, ich gebe ein einfaches Beispiel, inshaAllah, wie dein Lieblingsessen. Du hast etwas, was du gerne isst. Nehme an, du isst gerne Torten, aber diese Torte ist innen drin vergiftet. Du hast Hunger danach, du willst es essen. Du hast ein großes Verlangen danach. Aber dann kommt jemand und sagt dir, du darfst es nicht essen. Dann wunderst du dich, warum? Dann sagt er, diese Torte ist vergiftet. In diesem Fall, ein vernünftiger Mensch, obwohl er es liebt, obwohl er es gerne essen würde, aber er lässt die Finger davon, warum? Weil es vergiftet. Genauso alles, was Allah subhanahu wa ta'ala für uns verboten hat, ist genau diese vergiftete Torte, weil die Konsequenzen dieser Torte sind nicht gut. Beispielsweise, Alkohol trinken, oder Ayaadu Billah. Drogen nehmen, beispielsweise, oder Ayaadu Billah. Keiner kann hier, auf dieser Welt, sagen, dass Drogen gut sind. Und keiner kann sagen, dass das Alkohol trinken gut sind. Dann braucht man nur, zur Landesklinik zu gehen, dann werden wir sehen, die Konsequenzen, dieses Rauschmittel, Ayaadu Billah, diese Gift, welcher die Menschen zu sich nehmen. Das ist nur ein Beispiel, Ayaadu Billah. Möge Allah uns allen dafür bewahren. Das heißt, alles was Allah sagt, das muss man begreifen. Alles was Allah uns befehlt, im Koran, oder in der Sunnah, was Muhammad S.W. befindet, ist gut für uns. Das ist der Weg zum Erfolg. Der Weg zum Frieden. Der Weg zur Glückseligkeit. Weil heute, wie gesagt, jeder von uns, und alle Menschen, alle Menschen, suchen, nach der wahre Glückseligkeit. Viele wollen glücklich leben. Alle wollen glücklich leben. Jeder sucht in seinem Gebiet. Jeder sucht da, wo er will. Aber in den Gesetzen, Allah S.W. und die Sunnah, des Gesandten Allah S.W. liegt die Glückseligkeit. Liegt die Freude.